Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Blendy Driessi hat sich ja mittlerweile in unserem Mittelfeld zwischenzeitlich festgespielt. Dimitroska Motzes verzichtet aktuell überhaupt nicht freiwillig auf den Kosovaren logischerweise, der stets auch große Energie versprüht. Und davon können die Königs von einem Aufstiegsrennen ohnehin nie genug haben. Es ist brutal, wie eng die Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte zusammen sind. Viele spricht dafür, dass der Aufstiegskampf bis zum Schluss sehr spannend bleibt, erklärt der viermalige Nationalspieler gegenüber der Ruhrnachrichten. Die Lage kann sich dabei von Spieltag zu Spieltag aber auch deutlich ändern. Zuletzt galt der Schalke erst als Verlierer des 22. Spieltags eine Woche später. Gelang es dem Favoritenkreis nur in den Knappen ein dreifacher Punkt der Erfolg. Vor dem Spiel beim KSC steht man aktuell auf Tabellenplatz 5. Dennoch ist Idrissi zu 100% überzeugt, dass Schalke den sofortigen Weg zurück ins Oberhaus finden wird. Wir haben eine enorme Breite in unserem Kader. Dadurch ist der Konkurrenzkampf sehr groß. Niemand darf sich hängen lassen. Außerdem haben wir einen ausgleichenden Teamgeist. Jeder ist auf dem Platz für den anderen da. Für die gebürtige Bonner als Argumente pro Schalke mal auf. Und in 23. ist sich darüber hinaus auch sicher, dass die Rückkehr zu Vollauslastung in den Stadien am Saisonende ein Zünglein an der Waage sein könnte. Ob du in der Fans Arena vor 10.000 oder 6.000 Zuschauern spielst, ist ein himmelweiter Unterschied. Die Unterstützung von den Rängen pusht jeden Schalke-Spieler enorm, so Idrissi. Natürlich bekommen das auch andere Vereine, wie die HSV, St. Pauli Bremen, die das Stadion wieder vollpacken können. Logischerweise aber natürlich trotzdem macht es für unsere Spieler in unserem Stadion logischerweise einen schönen Unterschied aus. Eure Meinung zu Idrissis, Aussagen zu Schalke 04 im Aufstiegsrennen? Geh mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.